Als Läufer ist ganz klar, dass einfach viele der großen Vorbilder und natürlich auch Konkurrenten eben aus Kenia und aus Äthiopien zum Beispiel stammen und deswegen kennt man die Situation dort vor Ort und hat das eben erlebt, wie schlecht es manchmal den Leuten geht und dann ist das einfach eine schöne Sache, wenn man mit dem, was man sowieso gerne macht, eben dem Laufen so eine Aktion unterstützen kann. Wenn man da helfen könnte, würde ich meine drei Wünsche dahin geben.